Rainer Brandt Ein neues Werk von Rainer Brandt Rainer Brandt Rainer Brandt Rainer Brandt hat wieder mal zugeschlagen Rainer Brandt Mit seiner Spezialkamera Zwergfell erschütternden Trainerbankstudien Rainer Brandt Rainer Brandt Rainer Brandt Kamera fertig, Ton ab! Meine Damen und Herren, aus unerklärlichen Gründen können die Spieler noch nicht einlaufen. Die Jungs sitzen natürlich auf dem Lokus und wie ich den Vorstand kenne, ist natürlich wieder mal kein Papier da. Meine Damen und Herren, wie sich's soeben herausstellt, ist auf einem gewissen Örtchen ein polgenschwerer Diebstahl begangen worden. Hier Zentrale an Zebra. Es sind 17 Rollen Toilettenpapier gestohlen worden. Täter konnte noch nicht ermittelt werden. Ende. Aber da gibt's doch andere Möglichkeiten. Man kann sich doch schütteln wie ein Hund. Fein, keine Arbeit, keine Arbeit. Da geh ich jetzt erstmal einen Kaffee trinken. Das war Otto, Otto Walkes. Was ist Otto Walkes? Hey, Walkes! Wo hast du das Papier? Sehen Sie doch mal da drüben, Kollege, das rote Ding da. Da würden doch ohne weiteres 17 Rollen reinpassen, oder nicht? Da ist doch niemals Lokuspapier drin. Das kann man mir doch nicht weismachen. Gib Antwort, Mensch! Was da drin ist, will ich wissen! Was? Meinen Sie mich? Jetzt wird man erwischt. Dann geh ich mal lieber aus der Schusslinie. Nicht schwer, der der hat da Speiseeis drin. Ich will auch so'n Eis! Doch, so'ne Macke. Stark! Lutschproppen 2 an Zentrale. Wir brauchen jede Menge Verstärkung. Es ist viel zu wenig Polizei hier im Stadion. Wir brauchen noch eine weitere Hundertschaft, wenn der Täter ermittelt werden soll. So eine Damen und Herren. Es sind Zugrunde der Polizei eingesetzt worden, die das Wort des Delikti erschnüffelt werden. Das ist ein Stück Schokolade, das stopft. Ich hab gefüllte, die stopft bis heute Abend. Klasse, oder? Ja, clever, die Jungs. Die haben ja recht. Hatte da auch noch so'n Riegel in der Tasche. Aus mit den beiden, die sich zuzwinkern, die wissen was! Hast du das Papier? Nichts sagen, nichts sagen! Lutschproppen 2 an Zentrale. Wir haben zwei verdächtige Personen festgestellt. Tierquälerei ist sowas! Was ist denn, Hund, los? Du Ratte! Das ist kein Hund, das ist ne Katze. Rüber, Muschi. Ach so! Für mich sieht der aber aus wie ein Hund. Da darfst du ihm nicht so viel Katzenfutter zu fressen geben. Das riechen wie eine neue Züchtung. Sieh mal das da. Hab ich noch nie gesehen. Moment! Sowas Großes. Das ist ein Schäfer und wenn ich's dir sage... Mein blödes Volk, ich bin ein Elefant im Talanzug. Haha, ist doch von Klaner. Hab ich noch nie gesehen. Zentrale an Lutschproppen 2. Hauptkommissar Meyer ist es gelungen, das Korpusdelikti ausfindig zu machen. Zur Beförderung vorschlagen. Wird vorgeschlagen. Ja! Das Lob hat mir wieder da! Soll ich dir das Spitzigehen? Was um? Haha, beeilt euch doch! Da fehlen noch zwei Rollen. Kann ich sogar drei? Die armen Jungs! Haha, da liegt ein Stück! Ja, vor dir! Genau! Typischer Fall, der Kloklau hat wieder zugeschlagen. Eine reservieren, ja? Haha, meine Damen und Herren, sobald das Papier wieder aufgerollt ist, laufen die Spieler ein. Haha, ist doch besser! Na fein, wenn sich alles wieder angefunden hat, dann gehe ich jetzt angeln. Haha, ha ha!